Wie kann ich mein Produkt interessant und spannend darstellen, auch wenn es eher aufwendig, technisch und schwer zu verstehen ist? Es gibt ganz viele Produkte, die technisch wenig aufregend sind und vielleicht auch schwierig zu verstehen. Und nehmen wir mal Verkaufstraining. Das ist ja auch eine Dienstleistung, die ist eher technisch, nicht so einfach zu verstehen und, ehrlich gesagt, langweilig. Und da stelle ich mir die Frage, wie kriege ich es hin, dass ich etwas, was auf den ersten Blick, wenn ich es betrachte, langweilig ist, trotzdem interessant mache? Und die Antwort ist, ich muss in den Kopf des Kunden rein. Also nicht wirklich, aber von der Idee her, ich muss in die Perspektive des Kunden rein. Ich muss mir überlegen, was bewirkt dieses Produkt für den Kunden? Und wenn es dann zu einer Lösung beiträgt für eines seiner Probleme, dann spielt es gar keine Rolle, ob das Produkt an sich langweilig ist oder toll, dann kann ich es spannend darstellen. Und wie du das ganz methodisch und sauber für dein Produkt hinkriegst, das erkläre ich dir gleich. Wie kann ich mein Produkt interessant und spannend darstellen? Tja, das ist die Frage. Steigen wir mal kurz in das Thema ein, denn ich denke, am allerwichtigsten ist, ist, dass man sich klargemacht hat, wollen wir Bohrmaschinen oder Löcher verkaufen? Sie kennen den alten Spruch, wenn man Löcher kaufen könnte, dann würde sich kein Mensch für Bohrmaschinen interessieren, weil Menschen, die eine Bohrmaschine kaufen, wollen eigentlich ein Loch. Also das heißt, die Bohrmaschine ist nur der Träger für das gewünschte Ergebnis. Wir müssen uns also überlegen, wie kriegen wir das, was wir da vielleicht an langweiligem haben, spannend und interessant erklärt oder beschrieben. Da habe ich ein sehr schönes Beispiel rausgesucht, nämlich den Bäcker. Also das habe ich mal fotografiert hier von einer Plakatwand. Handwerk.de ist der Anbieter und die sagen, wir machen keine Brötchen, wir arbeiten am perfekten Morgen. Das finde ich eine wunderbare Idee, das auf diese Art und Weise darzustellen. Dadurch wird schnell klar, man muss nicht das Brötchen erklären, man muss nicht die Inhaltsstoffe erklären. Man hat als Träger einfach nur diese Idee von einem perfekten Morgen. Wie das jetzt im Detail funktioniert und warum die Fakten alleine nicht so wahnsinnig gut funktionieren, zeige ich mal hier an einem Beispiel. Ich habe mir ein Thema genommen, nämlich wie finde ich den USP. Jetzt können wir uns erstmal von den Fakten her nähern und dann schauen wir mal, was bei Wikipedia steht. Also die Fakten zum USP sind, das ist ein Alleinstellungsmerkmal, also auf Englisch Unique Selling Proposition oder Unique Selling Point USP braucht man. Als Synonym ist auch veritabler Kundenvorteil genannt. Okay, das sollte Verteidigungsfähigkeit sein, Zielgruppen orientiert, bla bla bla. Das steht unter anderem bei Wikipedia, steht noch viel mehr, aber ich habe jetzt mal hier rausgeholt, was also jetzt faktisch eine gute Erklärung wäre für USP. Sie merken schon, das zieht uns nicht wirklich hinter dem Ofen vor. Schauen wir uns mal Stufe 2 an. Also was machen wir denn jetzt, wenn da eine Anwendung draus wird? Also wenn man jetzt sagt, okay, also ein USP ist eine ganz wichtige Idee, wenn es sich um homogene Zielgruppen handelt. Denn die Zielgruppe muss ein Problem gemeinsam haben und basierend auf diesem Problem kann man dann einen USP definieren. Also auch wenn die Zielgruppen sehr unterschiedliche Probleme haben, bedeutet es gleichzeitig, dass der USP nicht besonders wirksam ist. Okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen klarer als diese rein nüchterne Faktenerklärung. Aber jetzt habe ich noch eine Geschichte vorbereitet. Und die Geschichte handelt von einem Metzger und einem Bäcker. Und der Metzger trifft den Bäcker und das Ganze findet in München oder im Süden Münchens statt. Und dann sagt der Metzger zum Bäcker, du pass auf, du brauchst einen USP, sonst kannst du eigentlich dein Geschäft gar nicht mehr machen. Der Bäcker will dem Metzger gegenüber auf keinen Fall zugeben, dass er keine Ahnung hat, was ein USP ist. Und zieht sich erstmal zurück, blättert zu Hause mal den Ordner durch und versucht rauszufinden, was ein USP ist. Blättert den IHK-Ordner durch, weil da steht vielleicht manchmal was Schlaues drin. Und tatsächlich, da wird eine Schulung angeboten. Im Süden von München, Feldkirchen-Westerham, da ist ein IHK-Ausbildungsort und da fährt er hin und hört sich einen ganzen Tag lang einen Workshop an zum Thema USP. Am Abend ist er ein wenig schlauer, aber auch nicht viel, setzt sich erst nochmal an den Küchentisch, denn er weiß jetzt, was ein USP ist, aber er weiß noch nicht, was sein USP ist. Naja, und der Abend wird etwas länger und aus der einen Flasche Wein werden vielleicht mehrere und er wird immer wütender, weil er nicht verstehen kann, wie er denn jetzt seinen USP finden kann. Und plötzlich, als es dunkle Nacht ist, kommt ihm die Erleuchtung. Er geht zufrieden ins Bett und am nächsten Morgen, als die Jalousien von dieser kleinen Bäckerei hochgezogen werden, kann man es lesen, da links ein ganz neuer USP. Habe ihn hier nochmal groß gemacht. Garantiert kakerlakenfreie Rosinensemmel. Das ist doch wirklich überzeugend. Oder? Oder vielleicht doch nicht? Na gut, es könnte daran liegen, dass die meisten nicht wissen, was Kakerlaken eigentlich sind. Kakerlaken sind Kulturfolger. Das heißt, die orientieren sich an zum Beispiel Weizen. Also überall da, wo Weizen ist, sind wahrscheinlich auch Kakerlaken. Und was passiert, wenn man Kakerlaken, die bestehen ja in erster Linie aus Proteinen, hoch erhitzt? Dann entsteht Zucker. Und wenn Sie bisher gedacht haben, das, was da so lecker knackt, wenn man in diese wundervollen Rosinenbrötchen reinbeißt, das wären Rosinen. Ja, wahrscheinlich die meisten davon sind Rosinen, aber es kann auch die eine oder andere Kakerlake dabei gewesen sein. So, und unser kleiner Bäcker sagt jetzt, bei seinen kleinen Mengen Mehl, die er verarbeitet, kann er wesentlich besser auf Hygiene achten als Großbäckereien. Und deswegen ist jetzt doch wohl eindeutig klar, sein USP. Oder? Nee, ist eben nicht klar, weil die meisten das Problem nicht kennen. Und nur, wenn alle das gleiche Problem haben, funktioniert es. Beim Bäcker funktioniert es, weil der kann sagen, garantiert BSE-freies Rindfleisch, weil die meisten Menschen wissen, was BSE ist. Und deswegen funktioniert es. Und wenn er sagt, Kakerlaken freie Rosinen sammeln, tja, dann funktioniert es eben nicht. So, jetzt habe ich Ihnen eine Geschichte erzählt und Sie werden wahrscheinlich sogar, möglicherweise mich sogar verfluchen, weil ich Ihnen jetzt eine Geschichte in den Kopf gesetzt habe mit den Kakerlaken, die Sie garantiert nicht mehr vergessen können, wenn Sie das nächste Mal in eine Rosinensemmel beißen. Ich denke, damit ist wirklich klar geworden, wie man selbst langweiligste Sachen wie zum Beispiel den USP so erklärt, dass er interessant und garantiert unvergesslich bleibt. Das war jetzt mal meine Antwort auf die Frage, wie man seine Produkte interessanter darstellen kann, als sie vielleicht sind. Aber das war ja nur eine Antwort auf eine Frage. Und viel mehr Antworten auf viel mehr Fragen gibt es bei stefanheinrich.com slash Fragen. Dort kann man natürlich auch seine eigene höchstpersönliche Frage hinterlassen. Und ich verspreche, dass ich die beste Antwort darauf finden werde. Wir hören uns bald wieder. Tschüss. Herbert Herr 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 Vielen Dank.